Dieser praktische und formschöne Ford Transit Connect Kastenwagen L1 könnt ihr schon bald vor eurer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Praktisch und robust, dennoch schön anzuschauen. Die weit öffnenden Doppelfügel-Hektüren erlauben bequemes Ein- und Ausladen. Zu den Sommerrädern gibt es noch einen reifen Reparaturset. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort, auch auf längeren Touren. Eine Stahltrennwand sichert das Ladegut. Das Sicherheitspaket in diesem Transit Connect schützt Sie rundum mit AWS, ESP und Airbag. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Diesen praktischen und robusten Ford Transit Connect werden Sie viel Spass haben. Der Laderaum ist riesig, die Kosten gering. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wissmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.